Hey, liebe Brettspieler und willkommen zu einem Recap hier im Brettspielparadies. Ich bin der Markus und heute geht es um Not Alone. Nicht zu verwechseln mit Alone, es ist Not Alone nämlich ein asynchrones Spiel. Okay, das ist Alone auch, aber egal. Ein asynchrones Spiel, bei dem es darum geht, dass die Spieler Überlebende sind, die einem Wesen aus dem All entkommen wollen. Einer der Spieler spielt das Wesen, das war in unserem Fall jetzt ich, das bin irgendwie meistens ich, und das ist ein Spiel, was wir immer mal als Closer hier in einem Spielerabend spielen. Es geht im Prinzip darum, dass die Überlebenden versuchen, bestimmte Orte hier zu triggern, die hier ausliegen, das sind 10 an der Zahl, und dadurch Effekte hervorzurufen. Diese Spieler dürfen sich frei miteinander beraten, jedoch das Wesen ist die ganze Zeit, also der Spieler, der das Wesen spielt, das war er nicht, ist die ganze Zeit im Raum und hört zu. Das ist das Schöne an diesem Spiel. Und dann müssen die Spieler jeder verdeckt eine Ortskarte auslegen, wo sie hingehen, und das Wesen ist dann im nächsten Zug dran und versucht, die Spieler zu finden, indem sie seine Chips, am Anfang hat es nur diesen einen hier, später können dann noch die dazu kommen, auf einen der Orte legt und da auf die Jagd nach den Überlebenden geht. Jeder Ort hat, wie gesagt, verschiedene Sachen, die er triggern kann, und dadurch ergibt sich eben die eine oder andere Taktik, die das Wesen versucht zu lesen. Dann hat das Wesen immer noch drei dieser Karten auf der Hand, wo es Dinge beeinflussen kann. Die können in verschiedenen Phasen des Spiels gespielt werden und beeinflussen dann, geben noch so mal einen kleinen Twist, mit dem die Überlebenden vielleicht nicht rechnen. Das Spiel ist in vier Phasen unterteilt, das ist ja alles schön übersichtlich auf solchen Karten drauf und kann bis zu sieben Spieler gespielt werden. Das ist super, dauert so 30 Minuten, 45 Minuten, so darum, und ab zehn Jahren wird es empfohlen. Das ist ganz, ganz toll und Ziel ist quasi dieser Punkt hier auf der Karte und je näher die Spieler kommen, wenn die hier auf den letzten sechs Feldern sind zum Beispiel, dann bekommt das Wesen noch einen zweiten Marker dazu, um noch ein bisschen mehr Druck auf die Spieler auszuüben. Ich habe gestern Abend gewonnen, das wollte ich nur mal so am Rande hier erwähnen als Wesen. Das kommt nicht so häufig vor, je nachdem, wie viele Spieler man hat und wie gut die sich absprechen, aber gestern Abend lief das für mich irgendwie sehr, sehr gut. Ich habe die richtigen Karten gezogen, die richtigen Orte ausgewählt und habe sie vernichtend geschlagen und das gar nicht mal so knapp. Deswegen macht mir das Spiel auch so einen Spaß. Nein, Quatsch. Ich mag es solche Spiele, wo man in verschiedene Rollen schlüpfen kann, das heißt, wo man asynchron spielt. Das mag ich total gerne und Einer gegen Alle ist sowieso mein absoluter Favorite. Ich liebe Die sind Second Edition und solche Spiele, wo Einer alleine gegen Alle spielt, auch Alone, da ist es ja auch so, so wie bei Not Alone. Und ja, das Material, das ihr hier seht, ist alles. Es gibt noch ein paar mehr Ortskarten für die anderen Spiele halt. Ansonsten ist es sehr übersichtlich. Lasst euch davon aber nicht täuschen, es bringt uns immer einen sehr, sehr großen Spielspaß. Das kann ich dazu sagen. Passt ja auch alles in diese wunderbare kleine Schachtel hier. Das heißt, man kann es auch gut mal mit irgendwo hinnehmen, um das zu spielen, denn es ist auch sehr schnell erklärt. Die Regeln sind sehr schlank, passen hier auf ein paar Seiten mit großen Bildern. Es sind im Prinzip nur zwei Doppelseiten, die wirklich vollgeschrieben sind, wenn man das alles abzieht an Bildern. Und dafür, das ist wirklich okay. Damit kommt man gut zurecht. Wenn ihr also einen typischen oder einen coolen Opener oder Closer sucht oder was, wo ihr sagt, hey, das will ich einfach mal kurz irgendwo hinnehmen, damit wir mal kurz was spielen können, dann kann ich euch Not Alone nur ans Herz legen. Das hat bei uns hier ja einen großen Stellenwert an den Spieleabenden. Wir mögen das wirklich gerne neben so kleinen anderen, die ich euch vielleicht demnächst in anderen Recamps noch vorstellen werde. Wenn ihr noch Fragen dazu habt, dann gerne in die Kommentare posten. Natürlich gibt es das Spiel auch bei uns im Laden. Es steht übrigens da unten. Da. Gibt auch Erweiterungen dazu. Wir haben es jetzt ohne Erweiterung gespielt. Gibt zwei verschiedene Erweiterungen und noch ein paar Promo-Erweiterungen dazu. Auch das haben wir alles da. Also wenn ihr da Interesse habt, einfach mal bei uns im Shop schauen oder halt, wie gesagt, wenn ihr mal in der Nähe von Friedberg seid, gerne auch hier bei uns im Laden vorbeikommt. Material ist schön gemacht. Die Holzteile, ja, kann man drüber streiten, ist Standard. Was ich toll finde, sind diese Chips. Das sind wie so Pokerchips, denn mit denen fummelt das Alien halt ständig rum und legt sie hin und nimmt sie weg. Und wenn die aus Pappe wären, dann könnte man das innerhalb von kürzter Zeit vergessen. Dadurch, dass die aus Kunststoff sind und solche Pokerchips sind, ist das super cool gemacht. Und das verbraucht sich halt dann auch nicht und greift sich halt vor allem auch nicht ab. Die Karten würde ich persönlich sleeven, weil sie doch relativ häufig abgelegt, genommen, gemischt, gemacht, getan werden. Das haben wir auch gemacht. In dem Fall hier mit matten Game Genic Sleeves. Funktioniert super, aber jede andere Sleeve-Art funktioniert natürlich auch, ganz klar. Und passt auch gesleeved, wenn ihr das Inlay, da ist so ein, wie bei Fantasy vielleicht so ein Pub-Inlay drin, wenn ihr das rausnehmen, passt es auch wunderbar in die Schachtel. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, freuen wir uns über einen Daumen nach oben. Noch mehr freuen wir uns über ein Abo, denn damit unterstützt ihr unseren Kanal und es kostet euch keinen Cent. Und ihr könnt euch natürlich erinnern lassen, beziehungsweise benachrichtigen lassen, wenn es neuen Content hier bei uns auf dem Kanal gibt. Dafür einfach die Glocke läuten und dann sagt euch YouTube Bescheid. Den Link, wie ihr das Spiel bei uns kaufen könnt, habe ich euch natürlich wie immer unten in die Videobeschreibung gepostet. Das ist selbstverständlich. Und ich freue mich auf das nächste Recap mit euch oder generell auf das nächste Video. Hoffe, ihr seid wieder dabei und sagt Tschüss, bis zum nächsten Mal hier im Brettspielparadies.